Es war Schicksal, dass eine TV-Show mit Mary Donaldson das Licht der Welt erblickte, als die Prinzessin in den Mittelpunkt eines Wirbelsturms geriet. Jedes Bild von Mary Donaldson, 51, ist eine Neuigkeit. Seit Lektoras Bilder von Federico aus Dänemark, 55, der einen privaten Abend mit Genoveva Casanova, 47, in Madrid verbringt, veröffentlicht hat, steht das Paar im Zentrum eines Wirbelsturms. Die Bilder haben ihre Ehe in Frage gestellt, und die Spekulationen werden durch die Entschlossenheit des dänischen Königshauses, den Australier mehr denn je zu schützen, noch verstärkt. Seitdem am 8. November alles aufflog, haben wir Mary kaum gesehen. Tatsächlich hat er seither nur an drei offiziellen Veranstaltungen teilgenommen, zwei davon ohne Anwesenheit der Presse. Die Institution ist also dazu da, die Frau von Prinz Federico in einem der heikelsten Momente ihres Lebens zu schützen, und wie die lokale Presse festgestellt hat, hängt ihre Ehe an einem seidenen Faden. Nun, es war Schicksal, dass Mary Donaldson wieder öffentlich in Erscheinung trat, und zwar durch die Vordertür, insbesondere im Fernsehen. In diesem Sommer hat die Prinzessin an der Sendung Nature and Our Mind teilgenommen, die am Donnerstag, den 30. November, ausgestrahlt wird und in der die königliche Familie zum ersten Mal über die Depression spricht, unter der Mary Donaldson leidet. Die königliche Familie ist stolz darauf, an dieser Fernsehsendung über Natur und psychische Gesundheit teilzunehmen und hat ohne zu zögern für die Sendung geworben, zusammen mit einem erläuternden Text zu dem, was in der Dokumentation zu sehen ist, in der Mary ein lebhaftes Gespräch mit drei Fremden führen wird, die eine sehr schwierige Phase durchgemacht haben. Was niemand erwartet hatte, war, dass im selben Text stand, dass Mary Donaldson an Depressionen leidet. Die Kronprinzessin arbeitet seit vielen Jahren daran, Depressionen zu bekämpfen und sich auf die psychische Gesundheit zu konzentrieren, hieß es wörtlich, ohne weitere Informationen dazu zu geben. Gleichzeitig ist die Natur und die Wichtigkeit, sich um sie zu kümmern, ein integraler Bestandteil des Lebens und der Arbeit der Prinzessin, heißt es abschließend. In Kürze werden wir erfahren, ob Mary ihren Auftritt in dieser Sendung nutzen wird, um über ihren Fall zu sprechen und dabei detailliert darzulegen, wann und wodurch Australien in diese schreckliche Krankheit gestürzt ist. Es scheint fast normal zu sein, dass Mitglieder des königlichen Hofes an dieser Art von Geisteskrankheit leiden. Es ist unmöglich, die Depressionen zu vergessen, unter denen Fürstin Masako im Laufe der Jahre litt, ebenso wie Charlene von Monaco, Viktoria von Schweden oder die verschwundene Lady Dienstag. Wie die Inhaltsangabe zeigt, spaziert Mary am Strand entlang und unterhält sich mit dem Arzt und Fernsehmoderator Peter Quartorup-Geisling. Fernab von jeglichem protzigen Luxus griff die Australierin zu einem stillvollen Denim-Set, bestehend aus Hemd und Palazzo-Hose, dem sie mit einem hellbraunen Mini-Armband und einer marineblauen Jacke ihren persönlichen Look verlieh. Abgerundet wurde das legerer Outfit durch bequeme fleischfarbene Stiefel, strahlende Familienallianz inmitten eines Skandals, alle Details zur Weihnachtsfeier des dänischen Königshauses. Inmitten des Medienrummels gelang es Königin Margret, ihre Kinder Frederik und Joachim, ihre Schwiegertichter Mary und Maria und, fast, alle Enkelkinder zu Weihnachten zu versammeln, ein Bild familiärer Einheit, wie man es seit mehr als vier Jahren nicht mehr gesehen hat. Wie es im offiziellen Programm heißt, werden wir bis zum 1. Januar nächsten Jahres warten müssen, um Federico und Maria beim traditionellen Galadena der Regierung wiederzusehen. Ein Abend, der den Spekulationen über ihre romantische Beziehung ein Ende setzen soll. Von Masako bis Charlene Monaco, Mitglieder der königlichen Familie haben kein Geheimnis aus ihren psychischen Problemen gemacht. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass sie sich bedeckt halten, so ist es doch so, dass viele Mitglieder der königlichen Familie in sensiblen Phasen ihres Lebens mit verschiedenen psychischen Problemen zu kämpfen hatten. Prinzessin Masako, 59, wurde 2004 wegen schwerer Depressionen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Damals begründete das Kaiserhaus dies mit Stress, doch in Wahrheit hatte Naruhitos Frau unter großem Druck gestanden, weil sie keinen männlichen Erben gezeugt hatte, was dazu führte, dass sie in eine schwere Geisteskrankheit verfiel, gegen jemanden, der weiterhin kämpft. Charlene Monaco, 45, wurde gleich nach ihrer Heirat die »traurige Fürstin« getauft, ein Spitzname, der nicht nur nicht verschwunden ist, sondern im Laufe der Jahre immer beliebter wurde. Ihre Cousine Christa Mehofer-Ducor gab zu, dass sie vor der Geburt der Zwillinge eine sehr schwierige Zeit hatte, eine Krankheit, die erst vor wenigen Jahren wieder auftauchte, als sie mehr als ein Jahr lang in Südafrika festsaß. Jeder kennt die Depression, die Lady Di in die Hölle stürzte, eine psychische Krankheit, von der Jahre später ihr Sohn Harry behauptete, er habe als Kind darunter gelitten. Dies ist nur ein Beispiel für den Schaden, den das königliche Leben bei einigen Mitgliedern der königlichen Familie anrichtet. Federico aus Dänemark hat seine ersten Worte seit dem Ausbruch des Skandals um seine Fotos mit Genoveva Casanova gesagt. Seit die Bilder des Prinzen und der Mexikanerin in Madrid das Licht der Welt erblickten, wird jedes Detail analysiert. Warum waren sie an diesem Tag und in dieser Nacht zusammen? Wie hat Mary Donaldson reagiert? Wie war die Beziehung zwischen dem dänischen Thronfolger und der Mutter seiner Kinder wirklich? Am interessantesten waren natürlich die Informationen über die Versionen der Hauptfiguren. Wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht gab das dänische Königshaus eine kurze Erklärung ab. Seitdem haben sich die Protagonisten und ihre Ängstenvertrauten jedoch für absolutes Schweigen entschieden. Die Gästen wurden beobachtet, und es wurde sogar behauptet, dass Königin Margret ihre Entscheidung, zugunsten ihres Sohnes abzudanken, noch einmal überdenken würde. Aber keiner von ihnen hat sich zu diesem Thema geäußert. Bis jetzt. Friedrich von Dänemark entschied sich, sein Schweigen zu brechen, obwohl er wahrscheinlich nicht geglaubt hätte, dass es eine solche Wirkung haben würde. Nach Angaben von El Otro Mundo wollte Christians Vater aus Dänemark, 18, in seiner letzten öffentlichen Erklärung die Distanz in dieser Frage beenden. Ein dänischer Journalist hatte ihn offenbar zu den umstrittenen Bildern befragt. Kronprinz Frederik, haben Sie einen Kommentar zu dem, was die spanischen Medien veröffentlicht haben? Mit dieser Frage konfrontiert, antwortete Federico mit zwei einfachen Worten, ich habe keinen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.